Musik Sometimes, even the ocean seems relaxed. Then it catches you. Wipe out. You have to surf to feel the ocean. Sometimes, I just like to listen to it. Lipton Ice. Naturally cool. Hallöchen! CD-Pier, brauchen Sie jetzt nicht mehr. Ja! Spielkonsole, können Sie in Zukunft drauf verzichten. Ho! Videoplayer kann auch weg. Diaprojekte schreien von gestern. Denn der Philips-CD-Player kann nicht nur Ihre Musik-CDs abspielen, sondern auch Videospiele und Spezialprogramme. Kino-Filme und Musik-Videos! Und sogar Ihre Urlaubstiers. Philips-CD-4 in einem. Das ist Wahnsinn! Das total verrückte Null-Leasing. Twingo-Fahren für 99 Mark im Monat. 3.990 Mark Anzahlung, zwei Jahre Laufzeit. Mit Airwag, serienmäßig. Renault Twingo, der macht die Welt verrückt. Ihr Traum von der Eroberung des Weltalls wird wahr. Und jetzt! Und jetzt! Space Mountain, das größte Abenteuer der Galaxis in Disneyland Paris. Mein CD-Player und ich haben heute großen Appetit auf einen klasse Kinofilm. Angeklagt? Nee, ist mir zu aufregend. Die Firma? Nö, ist doch Feierabend. Kostet der Dandy? Oder lieber Wainsworth? Ja! Kinofilme auf Philips-CD. Das ist ja Wahnsinn! Bis zu 3.000 Mark. Ihr Vorteil, Volkswagen. Bis zu 3.000 Mark für Ihren Gebrauchten ohne Cut. Ihr Vorteil, Volkswagen. Sie wollen ein Schmerzmittel, das zuverlässig und gezielt wirkt. Neuralgen-Schmerztabletten. Befreien Sie vom Schmerz. Schnell und punktgenau. Neuralgen wirkt auf den Punktgenau. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Basta! Non voglio più ascoltarai! Tu sei sempre la solita, non ti sopporto più! Dome vai? Oh, Madonna! E' finita, di odio! E' vero, di avolo! E' non tornare più a casa, sai! Ha visto che non ha fatto! Ha visto che non ha fatto! Guardalo! La nostra stagione veramente finita! Immer locker bleiben. Carazza, der Pizzasnick. Das große TV-Drama. Deutschlandpremiere. 1992 erschüttert ein dramatisches Ereignis die amerikanische Nation. Die frühreife Amy Fisher schießt kaltblütig auf die Frau ihres Geliebten. Anstiftung oder Eifersucht. Anstiftung oder Eifersucht. Rache oder Wahnsinn. Erfahren Sie jetzt die Wahrheit. Teenage Lolita. Freitag, 20.15 Uhr. Und danach Delta Force 3 im Action Pack bei RTL. RTL Action Pack. Es handelt sich um eine Atombombe. Er ist ein fanatischer Terroristenführer. Und er bedroht die Vereinigten Staaten. Die Bombe geht hoch, mein Freund. Wenn ganz Amerika vor dem Fernseher sitzt. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Nur die Eliteeinheit Delta Force kann den skrupellosen Hall aber stoppen. Delta Force 3. The Killing Game. Freitag, 22 Uhr bei RTL.